Guten Tag Malzert und hallo, hier ist der Silencer und ich grüße euch liebe Leute, wir sind in COD Black Ops 2 drin und wir haben hier ein paar Leute am Start, einmal den Mats beziehungsweise Maxos, hallo, dann den Flixware, der ist aber glaube ich hier nicht im TS und eigentlich der Freako, wo ist Freako hier? Ja, der Freako ist gerade aus der Party geflogen. Buh, warum das denn? Das ist egal, ich versuche nachzujoin. Joine nach. Das geht nicht im Spiel, ich glaube ich freue mich. Dann habe ich jetzt ja auch ein paar Chancen, ein paar Kills zu machen hier, wenn der Freako nicht auf dem Server ist. Ne, ich komme nicht drauf. Painlog.pl, was haben wir denn hier? Ich gucke hier gerade auf die Scoreliste und das sieht irgendwie... Nein, ich bin hinter dir. Warum sieht der so komisch aus? Na ja gut. Da! Der Flix ist doch am Start. Wir haben doch gesagt. Das hast du aber schon die ganze Zeit. Was? Ich habe ihn nicht gehört. Das ist ja auch. Ja. Ah, ich freue mich. Ah, da hinten. Links neben der Roboter. Okay. Das ist was Nexperseino, dass er frisch ist. Da ist der Maxus. Mahlzeit. Mal hier so eine S-Mine hin. Ich bin ganz alleine. Da unten. Ich bin hinter dir. So halb. Nochmal S-Mine hin. Zack. Jawoll. Ja, lass mal wir drei zusammen bleiben. Komm, wir gehen mal hinter den Flix her. Der Flix so mit seinem Clan-Tag, der hat ja bestimmt Ahnung. Ich bin wirklich. Wahrscheinlich so ein Clan für, ähm. Wow. Zack, weggesnipet. Wow. Beide Leute sogar. Ich hole ihn mir. Warte. Ach, da hinten stehen sie. Zu zweit. Scheiß Pissar da hinten. Oh, gesnipet immer noch. Wow. Äh, haben wir Double XP sogar heute? Unglaublich. Wir sind heute nämlich bei so einem Wochenende. Oh, hier ist eine Granate, eine Granate. Äh, wo, wo es quasi frei zu spielen ist. Das lustige Black Ops. Der Games eben mit Double XP raus. Mit die Leute, die was das, äh, free to play machen. Äh. Wir werden mal hochleveln. Jawoll. Wo? Dein. Boah, ich hab den Sniper erledigt. Ich hab auch einen erledigt. Jawoll. Dann dürfte hier nichts mehr da sein. Ich geh trotzdem einmal kurz hin. Na, hallo. Hier ist noch jemand. Den hab ich auch gefällt. Ah, da ist der Flix. Warte, ich komm mal von links. Versteht ihr mich? Ja, wer bist du denn? Ah, okay. Ja, hier stehen sie immer, die... Okay, ich bin hinter dir, Flix. So. Kick mal einen. Ja. Oh. Oh. Ah, sauber. Genau so muss es laufen. Wo ist dann der Medsauce? Medsauce. Ja. Ich lasse mich auf den Flix. Hau. Hals. Du leckst nämlich. Ah da läuft einer! Oh ne, der ist von uns, der einer. Okay, aber da war gerade kein, äh, kein, 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 kein Ding. Ich lasse immer noch. Äh, lassen wir hier links hoch. Hier sind Totenköpfe von uns. Ah, das Service ist voll. Ja hier bei dem Roboter dahinter. Sehr schön. Mezzo hast du Lex. Komm mal hier links lang. Ah da ist der Flex. Oh, kann sein dass ich jetzt drauf komme? Wuhuuu. Also ich jubel, weil es auch eine Chance gibt, dass du nicht drauf kommst. Jawoll hinten, warte. Da kommen sie beim Roboter sind sie. Scheiße. Kacke, 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 kacke. Flix bin hinter dir. Ich bin nicht hinter dir. Ich geh jetzt hier raus. Auf diese Brücke. Ja da hinten ist vor allem wieder ein Sniper bei den Büschen. Sollen wir den uns mal holen? Komm wir gehen in den. Wow. Sauer. Er hat ja richtig Skill ey. Boah. Links, links, links. Nein, erst mich nur. Von Jamal sogar. Ja. Ja. Überlkehet. Timeout, wahrscheinlich. Maxus oder so. Lol, hier war der Camper. Die haben uns gegenseitigt. Boah ne, der war noch wer. Toll. Baaaaaaaamm. Was habt ihr das gesehen? Boah jo. Er hängt die gerade lang. Ja, voll nervig. Voll nubisch! Der Lexus legt ziemlich, der läuft so langsam in der Zeit wieder rum. Dann Metzos, dann disconnecte bitte, dann kann Freeko drauf. Ich bin schon drauf. Ja, der hatte glaube ich schon Timeout. Jawoll! Ich habe den Sniper weggeballert dahinten. Schön mit voller Automatik, mit der Skar. Nein! Warum muss ich denn da jeden Kill direkt nachladen, Els? Verdammt. Ich bin hinter dir gespawnt, Flix. Ich sehe Schattelkarte. Okay. Lol, da ist so ein Kämter. Was? Geht bei ihm. Arschkind! Der hat mich mit einem Denkanat abgefahren. Oder irgendwas in der Art. Ist jetzt eigentlich der... Oh, ich habe meine Waffe abgelegt. Was geht denn? Gib mir meine Waffe wieder. Ja, wunderbar. Freako, Alter! Ich kämpfe immer noch da hinten rum. Was mache ich? Ja, du bist ein bisschen langer, bist du. Hat da gerade irgendjemand gesagt, ich kämpfe da rum? Weißt du, wenn drei Leute auf mich schießen, gell? Ich bin hinter Seil und so. Okay. Hier sind irgendwo welche. Ja, ja, ja. Da, da, links, unten, unten. Hey, geht da nicht, jawohl. Halbes Magazin draufgeballert. Nein! Jamal, ey. Kacktyp. Ist auch einer von meinen Abonnenten. Wenn er das jetzt sieht, hier an dem Video. Dankeschön. Dass du dabei bist. Ja, Alter. Ja, von hinten, fuck. Ich habe eine sehr schlechte 1&1-Quote gegen dich. Hm. Da hinten ist doch einer. Oh. Diese S-Mine, ne? Einfach mal in die Gruppe eine S-Mine reingeballert. Wo sind meine blauen Leute hier? Kämpfen die wieder in den Dschungel, oder wie weiß ich, hinkommen? Die meine ich von denen. Der Dschungel. Ja, dieses... Gebiet da hinten, Alter. Ich habe da noch für eine Granate. Ey, das gibt es doch nicht. Was geht denn bei dir? Okay, ich habe auch... Ich war nicht auf Visier, aber trotzdem. Hier sind irgendwo wieder diese Camper. Die sind die ganze Zeit beschossen hier. Ja, ich bin hinter ihm. Aber ich lebe noch. Ich deck dich von rechts. Nein, doch nicht. Ja, manchmal kommen die Namen nicht so schnell, ja. Die Namen von denen kommen auch immer spät. Hm, ja. Oder hinten ist zu Ende. Ja. Na, ich gucke auch immer hinten, weil Spawn, glaube ich, dann auch in den Rücken. Da war schon ein Gegner. Da waren zwei. Da. Gibt es doch nicht. Nicht einmal getroffen. Ey. Dann kommt der Penner von links. Du, 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 du. Schöne S-Mine dahin, so. Ah. Was sagt mein Score überhaupt? Ah, okay. 11, 10. Zweiter. Okay. Oh, da unten. Ich habe 6, 5. Okay. Jetzt geht auch... Jawoll. Kommt doch einer noch. Komm. Bestimmt immer noch einer. Jawoll. 12, 10. Der Jamal, ey. Ja. Wie gesagt, auch einer von meinen Eberus. Das ist richtig gut. Das geht mir eben. Warum habe ich den nicht bei mir im Team? Warum sind die Leute generell nicht bei mir im Team? Ich hoffe, wir das machen jetzt. Ich brauche wenigstens einen, der mich unterstützt hier. Du, du bist eine One-Man-Army. Ich habe nicht einen 1-1-1 gegen dich gewonnen. Jawoll. Ich kann eigentlich den Skin von seiner Waffe erinnern, wenn man den Skin halt erfährt. Also... Also... Ich nehme... Weiß das jemand? Wie ist das? Bitte? Wie man jetzt... Wie man den Skin von seiner Waffe erinnert, wenn man halt einfach geschaltet hat. Das weiß ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe auch... Jetzt klickt einfach drauf, wenn es rausfällt. Klassenoption? Nee. 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 Ich habe auch schon rausgefunden. Okay, ich weiß jetzt wie es geht. Wie denn? Wie denn? Du musst den Klassen-Editor aufwenden, dass der orange Arm rum ist und den Zähn. Dann siehst du alles ganz. Okay, ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden, aber ich werde es schon rausfinden. Die Runde fängt ja jetzt wieder an. Und... Freakus ist bei mir im Team. Jawoll, ich werde gewinnen. Flix ist auch am Start. Und irgendwer liegt. Und irgendwer liegt. Und doch. Übrigens, der Tautau ist hier auch am Start im TS. Er unterstützt uns moralisch und mit diversen Anekdoten. Erzähl uns doch nochmal, damals, als du so geraged warst von Crysis 3. Ach, ich zwei. Komm, lass doch mal Freak unterher, der weiß, wie der Hase läuft. Weißt du, wenn er auch schon im Real Life nicht läuft, dann läuft er hier. Als für heute. Der olle Bewegungslegersdinger. Der olle Bewegungslegersdinger. Der olle Bewegungslegersdinger. Irgendwie heute wird er ein bisschen provokant unterwegs. Das sei doch, oder? Ja, klar. Oh, fuck. Irgendwie benutzt jeder von den Takt zu springen und sich hinzuwägen. Ja, Dropshots, mega nervig. Hinter dir, Freakus. Abwäng, gefühl ich mir. Da oben ist noch jetzt... Boah, fuck. Was hat denn? Was fällt denn hier um mir? Boah, das sind wir beide immer schön ins Fahnenkreuz. Wart mal, kurz. Ich bin wieder hinterher. Hier, links, 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 links. Jamal, Jamal, am Häuschen. Ja, hab ich. Du bist jetzt rechts, ne? Ja, okay. Da ist einer, pass auf. Ja, links, da, da. Legen wir mal hier so eine schöne Esmin hin. Blau, Alter, hab ich gemessert. Schau mal. Freakus, warum bist du eigentlich nicht blau bei mir? Keine Ahnung, als weißt du wahrscheinlich jetzt, wenn du einen Gix erfannst. Seht uns, seht uns, seht uns. Hier in dem Flur. Bäm. Zwei Leute, was geht denn? Ach, hat auch noch ein Böcke. Sauber. So, liebe Leute, ihr seht doch immer, ich sammle hier immer die Munition auch auf. Doch, da hab ich dann gekriegt. Zweiter Böcke. Special. Wuhu. Weißt du, der hockt mich dann mit dreimal in der Ecke und sind am Wichsen, ne? Echt? Nein. Drecks Typ. Was für eine Waffe benutzt ihr denn, sag mal so, für die Zuschauer? Ich benutze Ska. Ich benutze die Typ vom Mp7. Okay. Komm, 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 komm. Da vorne war da auch noch einer. Wie die hier abschimmeln, ne? Das ist ja nicht mehr feierlich. Ja, die stehen hier einfach irgendwo positioniert im Kreisland rum. Was geht denn hier? Er liegt mit auf dem Boden, ey. Komm, Arme Joch. Zaaack. Jawohl, Jamal. Komm. Wuhu. Wo? Fico, warte. Warte. Bin jetzt bei dir. Hinter dir fast. Genau, jetzt bin ich hinter dir. Jawohl. Ah. Wie ich sowas hasse, ne? Sprengladung geworfen. Wir haben den Vorteil verloren. Ja, für die, der Jamal. Ach, Mann. Feindliche Drohnen nähert sich. Komm schon, komm schon, komm schon. Der ist doch da hinten. Langgelaufen. Komm, 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 komm. Jawohl. Wir haben die Kontrolle übernommen. Stoppunə nah.